Woa! Boah, da hätte ich ja Bock drauf, ey. Muss mir grad vorstellen, ey, nur ein Sprung und er wär oben gewesen. Jetzt ist er hier in der Suppe drin. Da drüben. Ich muss irgendwie das Tor umgehen. Ja, da oben, Mann. Och ne, nicht wieder da rum. Nicht wieder da rum. Ja, nicht einfach durch. Okay, dann schleichen wir uns halt mal wieder rum. Schön immer mit nem Arsch an der Wand. Schwimmen werde ich ja auch nicht können, aber wo kann ich denn das Tor umgehen? Gehen wir da nochmal rein. Nichts. Wenn das hier unten riechen muss, dann will ich gar nicht wissen. Zum Glück gibt's auch keine Geruchsspiele. So, ein bisschen Brust schwimmen, bisschen Rücken schwimmen. Ich drück ja schon die ganze Zeit Dreieck, aber hier passiert nix. Ich glaub auch nicht, dass ich hier her muss, aber woher dann? Gleich hilft mir das Spiel wieder so mit so nem Brücke L3. Oh, fuck. Ich geh da dran, hab ich jetzt nicht gedacht. Oh, Mann, die Steuerhutung, was? Was war das für'n Zeichner unten links? Oh, man, die Steuerhutung, was? Lass was Gutes drin sein. Nix. Oh ne. Sporen, das heißt das sind Viechers. Oh Mann. Oh Mist. Oh. Da ist irgendwas. Voll, voll, voll. Ich meine, woher sollen die sonst weglaufen? Guck mal, oben am Rand. Oh Gott, Punkte. Warte, ich mache jetzt mal folgendes. Nichts. Okay. Ich kann nix hören. Warum spiele ich überhaupt so ein Spiel, ey? Geht so gruselig. Also ich finde es gerade sehr, 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 sehr gruselig. Ich kann irgendwo Schritte hören, aber ich weiß nicht wo. Und ich sage noch, die haben die Stadt ja gut sauber gekriegt. Haha. Das hat er ja gut aufgemacht. Voller hingesmoved. Ich will da nicht wieder runter. Oben ist gut. So. Hör auf. Hier ist bestimmt nur einer auf Toilette und zieht ab. Oh, was hat denn? Und das ist ja ein riesiger Pilzhaufen. Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, aber gibt es ja wirklich in der, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in der Ameisenwelt im Dschungel. Und wenn die Ameise stirbt, oh. Wow. Noch einer. Komm her, komm her. Drei Schüsse noch. Ah, guck mal, man kann wechseln. So, was ihr könnt mich mal. Ja, super. Ja, super. Oh, sehr gut. Oh, vielleicht doch nicht so gut. Bete hat Angst im Dunkeln. Mann, oh, ey. Oh, noch so ein Ding, was nix hört, oder? Äh, was nur hört, was nix sieht. Oh, die Scheiße, die Dinger. Und ich frag mich echt. Wie viele jetzt hier noch kommen? Man muss ja sagen, ich bin ja gerade im Pussy-Mode. Oh. Vielleicht ja doch hier unten her. Oh, man. Oh, man. Mist, hier war ich schon. Gut, den Hauptweg mal entlang. War ich hier nicht schon? Mein Gott. Ja, klar. Ich würde mir so ein Lüftungsgitter da raussprengen, ey, und da durchgehen. Komm, wo bist du, L3, wo muss ich hin? Das wird das Skript erneut aktiviert. Der Boiler-Raum, hier sind ein paar Waschmaschinen drin. Ich könnte ja eigentlich bei der Gelegenheit mal ein paar Anziehsachen waschen. Ah, durch den Pilzwald. Durch den Pilzwald. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mach's doch auf. Okay, ich glaube, ich glaube, er kennt die Karte nicht. Ja, WTF. Ich dachte, er springt. Und jetzt, woher dann, wenn das Ding da oben nicht aufgeht? Also, ich weiß es gerade nicht, woher so. Komm, nochmal. Dann einfach aufmachen. Nein. Scheiße. Genau, das musst du richtig mit Gefühl sagen. Okay, jetzt machen wir mal Hardcore-Augen zu und durch. Mach ich aber nur, weil ich weiß, dass ich hier schon war, überall. Hallo. Geh mir ein Gänse auf, wenn ich hier so durchrenne. Nichts. Komm, L3, wo bist du? Da oben ist die Freiheit. Aber ja klar, die Pilzleute, die kamen ja zu kurz jetzt gerade. Ich bin randvoll mit allem. Außer mit Muni vielleicht, aber okay. Ah. Und. Bam. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Oh. Von links, ey. Krass, nur getroffen. Soll ich durchrennen? Na, Kollege? Ich weiß nicht, wie lange ich das machen soll oder kann. Ich weiß nicht, wie lange ich das machen soll.